Musik 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 Da ist der pinke Baum Ich baue es hier mal Ja 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 pink Immer pink Also zumindest ist es bei mir pink Ich weiß nicht Ob es bei anderen auch pink ist Ja dann sparen wir wieder pickaxe Holz kaputt machen Jonas Ja Sag mal Paddy das soll wieder kommen Paddy komm Geil Ja wie sonst Weiß nicht Irgendwie anders Mann äh Immer in der Aufnahme muss der weg Und wenn man zum Sparspielen ist immer da Warte Warte Ja aber echt Ich will so ein Seed von dem Baum hier Ja 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 da unten ist einer Hallo Ja Hallo Der Mikrofon geht wieder Hä lol war das weg Du bist mir für kurz seit voll abgekackt Ok Ok Jonas bt mute Ja tschüss Tschüss Ja Juli wo bist du Ich hab pinkes Holz Was ja wo denn Warte ich komm zu dir Warte ich komm zu dir Ich bin da wo wir an äh vorher standen Ja 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 ich weiß wo ich hab auch schon eine Höhle gefunden Die müsste ein sein dass du dich irgendwo mal hochgebaut hast oder so Ja warum Ja warum Ja ich sehe es Dass ich mich grad nach unten bau Ja Ja Dabei war der pinke Baum Ah Ich hab auch Seeds davon Hä lol Alter da bist du Nein nicht zu mir komm Ne ich 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 warte nur Sonst fress er beim Fleisch nebenbei Ok Gut ich hab alles Weißt du wie man die Rucksäcke baut Ja Da braucht man noch Leder zu oder Ja Ganz normales Leder Ähm Wie heißen wie heißen die Rucksäcke Rucksäcke Rucksäck Wie Backpack Backpack Pack Wie wie geschrieben Äh Backpack Oh du gehst eigentlich relativ chillig HAAA Ja doch Ach hier Pack Ach Backpack Achso Backpack Backpack Ja und welches soll ich dann nehmen Keine LOL Ich mein aber auch Adventures Warte wo ist das Adventures Hä hab ich nicht Richtig Nein Nein Adventures Backpack Unter dem wei- und dem zweiten weißen Habe ich nicht Oh Junge Ja aber du weißt wie man sie baut oder was Ja das weiß ich LOL Da brauchen wir ja mehr wie nur wie nur Leder Ich hab gedacht das machen wir mit Leder Äh in Hexit machen wir's nur mit Leder Achso das ist ja kacke Warte was bräuchten wir da brauchen wir Strings Okay ein hätte ich ja Was bräuchten wir noch jetzt hab ich nicht geguckt Wolle, ne Kiste und Knochen Knochen Ok Wolle hab ich da hinten warte Wolle hab ich auch schon So So Wollen wir noch ein Knochen oder Weiknochen also äh dass jeder Backpacker auch mal 4 Knochen zusammen Seit wann lol Schafe trocken Fleisch Ja äh hier schon Ok Ja wollen wir so weitermachen oder so Ja jetzt warte doch Wir machen die ganze Zeit weiter Oh cool Ich brauche es bloß nicht Spinner Ah also wie schnell schießt er bitte aber ich habe noch immer noch nicht im Knochen hier im Knochen okay wir können uns zwei bauen ein für dich ein für mich wie viel Wolle hast du zwei Wolle er braucht zwei okay pass auf aber es wird irgendwo ein weiter ja du musst einfach nur mir folgen ja aber wir haben nicht genug Strings scheiße egal das machen wir später ja okay dann muss ich das aber wieder abbauen warte mal kurz ich hätte es gern mitgenommen weißt bevor bevor wir da in die Minentour gehen ja schon klar wie kriegt man noch Strings das ist die Rappenbüsche Bäume ja okay sehr gut muss die äh die musste ähm die hast du nicht kaputt machen sonst bringen sie keine Samen nicht kaputt machen ach so doch wir haben Samen echt lol ja gut mach kaputt das ist das noch einer das ist das wichtigste im Spiel oder was äh ja weil du sie eigentlich ziemlich wie äh ziemlich wenig findest so außer in Sumpfbiomen okay hast du genügend Essen dabei äh ich hab ein bisschen was dabei ja okay gut also ich hätte zwei Zepplinge ich hab einen da ist auch noch mal einer okay vier reichen oder ja das erste schon oh ich sollte mal essen okay warte vier schlicht hier war aber schon jemand ja oh alter das heißt wir müssen noch weiter ja okay komm so sollen wir durch durch den Dschungel äh finde ich nicht so cool in der Nacht hm finde ich nicht so cool in der Nacht lass mal drüber lass nee geh mal außen rum lass doch so rum gehen da ist ein Dschungel äh nicht Dschungel Sumpf ja da hinten ist auch Sumpf das hast du daran gucken so das Peri ja das Leben die die Bäume ist auch so wie Robber Bäume nur die ähm macht hier da bringen aber solche komischen Tränen ok die ganze selber auch brennen ok 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 oh oh das das ist ein Skelett oh oh so klar komm Box ist um nein das hat noch ein Leben nö ok ich nehm Zuckuro mit ja die haben kein Zuckuro gefunden wollen die mich verarschen oder so so die Schmerzen wurden sie hier wäre hier werden Eingang in die Höhle party warte ich bin mache ich schnell noch den Rubberbaum ja mach siehst du mich äh nö ok warte ich komme warte warte Karte ja doch jetzt nicht ok so so hier hier wir nehmen alle Ärzte mit oder ja gut der Kupfer und sowas muss ja eben du abbauen weil du die äh Eisenspitze erkennst ja ich hätte noch eine ok oh ne Kupfer kann ich auch noch abbauen ok das heißt wir machen zusammen ne Tour ja so Alter wie die kopfweiße leben geht ja die also wirklich wenn du in der Mine gehst das geht eigentlich gar nicht mehr so viel Sachen wie du da findest was ist das also was ist das Aluminium Jamba die ganze Zeit in seinem Livestream oh ich brauche Aluminium das verkauf man im Ritten Schwarzhandel aber echt hast du Kohle Prozent drei Stück ja Schmeiß mir mal kurz Kohle her bitte geil da werfen wir die Stück zu mir so so viel F***ing Eisen ich hab noch ein Stick irgendwie weil kannst du doch irgendwas nehmen ich weiß ja nicht oh mein Gott oh Gott ist hier viel Kupfer Kupfer braucht man für die Träte glaub gell oder die Leitungen halt ja Kabel ja das weiß ich noch vom Megaprojekt Kohle Kohle ich glaub Kohle ist auch sehr wichtig zum Brennen oder wenn du einen Generator hast dann ja ja wenn wir mal Energie aus der Hölle haben wollen dann bist du dann Jamba fahren weil sowas hab ich noch nicht gemacht ok halt was soll ich ich muss jetzt schon wegschmeißen ich noch nicht ich mach's mir hier mein Buch weg oder oder brauche ich das noch äh nö eigentlich nicht also ich hab's nie gebraucht hast du das Buch bei dir daheim oder was also zu äh meinst du in unserer äh ja Grundstück äh äh ich glaub ich hab's da reingeschmissen ich weiß noch nicht jetzt wär's nicht schlecht wenn wir wenn wir so ein Backpack hätten äh wo bist du eigentlich? äh noch die Reste abbauen wo du übergelassen hast hä war da noch so viel ja echt ich hab mir so viel Kohle und alles gefunden alter ich hab mir so 25 Stück gefunden oh sorry aber sorry ich hab mir die Pilze äh nimm's einfach mal mit also das stopft nur und sie in den Tafel oder egal wir haben noch ganz noch auch da ist offen mach ich da mal zu warte ja mach das ha 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 hier URAN echt? ja oh das der ja gut alles musst du abbauen kann ich nicht abbauen okay 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 pass auf was was bringt der der Amber äh das brauchst du zum Zaubern okay mein Inventar ist voll MAMA so das wäre es jetzt nicht schlecht wenn wir ein paar Dings hätten oh Gott oh Gott sind hier viele Erze wo bist du? bist du oben oder unten? ich bin hier neben dir echt? ja warte ich muss irgendwie das Wasser zu kriegen oder? ähm die Erze die ja die Erze die so leuchten die brauchst du nicht abbauen die brauchen wir auch alles zu zaubern okay das ist Uran oder Uran da ist schon wieder Aluminium da wird sich über Jumper freuen komm wir können echt einen Schwarzmarkt machen hä warum kann ich das nicht mehr aufnehmen ist das was anderes oder was? es gibt Tin Tin und Aluminium schon fast gleich aus oh fuck aber Tin brauchst du auch richtig viel von brauche ich so big brain? äh auch zum Zaubern also kannst du sozusagen wegschmeißen also wir gehen nicht auf Zaubern oder? äh erstmal nicht okay wir zaubern werden wir werden dann Aphrodite besprochen ich seh dich ich glaub Kohle und so baue ich mir der Steinspitz hergeerb kckk äh das ist ja also wenn man da kann ja eigentlich kannst du eigentlich zehnmal in die Höhle gehen und findest immer noch was oder? ja ah warte ich glaub ich mach mal für die Zuschauer Licht oh da sieht man einige mehr Erze so so das ist eben eine Schlucht findest ach du heilig das ist ja richtig das ist richtig raus glänzen richtig geil aus will ich gar nicht wissen vor allem gibt es ja hier größere Dinger vor allem habe ich hier Riesen Riesen Mien nicht Mien sondern ähm wie heißen die ich hab hier so ein goldene so goldene Dinger brauchen wir nicht oder? die so leuchten die so leuchten die so leuchten äh ne ne alles so leuchtet alles was leuchtet brauchen wir nicht jetzt hab ich es aber schon abgebaut na egal na egal komm können wir ja handeln wo kann man schon tun hier schon wieder Aluminium oder Tin für was braucht man Tin für was braucht man Aluminium alles zum Craften für so Zeug cool was ist das hier? ok das ist auch noch was was ich aufnehmen kann was ist das hier? Gott jetzt muss ich zwei freies Slots haben äh weißt du wo ich bin? äh nö komm mal zu mir ich sag mal was wo ich bin? nö komm mal zu mir ja komm mal zurück ja komm zurück ja warte ich tue jetzt mal schon das Eisnirbund hier stu Eisen übersehen Junge einfach zurückkommen ja Junge ich sie so facken viel Eisen warte mal ja bei mir auch die fette Ader ja genau Ader das wurde ich mir nicht eingefallen aber dir habe ich noch keine gefunden noch nur in Anfangsphase lol was ist da oben? warum ich da bin musst du Couplestone? das habe ich dann gesetzt damit Inventar voll war ach soo hier füllte 180 Eisen in einem Ding drinnen ja aber echt oh da hinten sag doch dass da Aluminium oder so ist oder Tin oder was er soll man ist aaaah juhu ja sicher alter guck dir das mal an ey das ist ja nicht mehr geil alter ohne Witz das ist schon eigentlich zu viel oder oh das Uranium oder was ist das ja alles Uran, das können wir brauchen ok gut was braucht man das denn eigentlich nochmal fürs Atomkraftwerk glaub gell ja unter dir ist Eisen erst mal hier zu dem roten Zeug kann ich das abbauen nächst musst du abbauen das rote Zeug was ist das? aaaah ist runtergefallen lol das rote Zeug ist nicht runtergefallen das ist da oben ein Orberry-Busch noch eine! ein was? ein Orberry-Busch ok ähm wachsen sozusagen die 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 Erze aus Bären ok die ganze glaube ich auch die ganze glaube ich auch brennen und dann wird es auch zu einem Ohr ok Paddy du bist jetzt da pass mal auf was kannst du aufnehmen du kannst doch du kannst doch bestimmt ähm Kohle aufnehmen äh ja denke ich einmal so was kannst du noch aufnehmen kannst du rohes Fleisch aufnehmen ja hab ich dir runtergeschmissen ok ähm du kannst doch auch diese hab ich diese Rubble-Tree-Sapling hm so ok dann hab ich erst mal Platz man muss mal schnell ein Loch ruhig allen Scheiß reinschmeißen was ist ok was ist bei dir ein Scheiß sowas wie äh äh hier Dingens ich hab eigentlich schon ausgemischtet bei mir das ist das Schlimme wow sowas wie Schleimbälle oder sowas ach das brauchen wir nicht ach das kann ja ok das können wir immer wieder fahren Paddy hier ist ganz viel Kohle warte warte so warte mal kippen wir mal kurz dahin äh 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 hier was ist das was ah das ist ein Bienenstock unter der Erde ja was soll ich dir geben glaub ich Steinbienen äh deine Knochen deine Wolle warte und sofort ok meine jetzt ist eine meine Knochen ja deine Wolle welche egal einfach Wolle weil ich habe weiß und schwarz ja egal ok was hast du noch hast hast noch Wolle also Cotton ja ich habe auch noch die Cotton Seeds jetzt Dich die Trien mit Claude Bixen weiß ich nicht ob du die Herrschneider weil wir müssen gleich da zurück wo ich war da war auch was Gutes da ging's auch voll gut weiter pass auf äh müssen da hoch so hier was macht jetzt der hatte schon mal das ist das blaue brauchen wir das der unruhe das ganz viel blau das ist ganz brauchen wir nicht als nächstes da oben gilt das da oben das ist das funkelt nicht das sind die das sind Prozent jetzt ich bin hier zu sagen die Fäckte Diamanten von mir die Doppel ich sicher er das eigene Bruder zu sagen so wie er hat das Jörn für uns und das ist sowas nämlich daran hat er nicht allein nicht daran uns echt gar nicht okay warte hier noch kurz weil dann gehen wir meinen die in da wo ich war weil da ging so gut weiter mit vielen Ärzten ich sehe ich habe auch noch stehen ich meine hier als ob hier mir mit geben und nun städtet geben sind die Fikulti Null spielen also Peaceful ist und echt nix aber auch so nicht ich finde ich nur mehr hohe das auch das Geilste okay ich bin jetzt ein Schütz zu sagen sich richtig rum und beim 1 für die sie auch weil was ist das was ist das das muss sie vor sich geben weil er ist ganz fast auch zu oder zum Hexen nennen zum Hexen sondern zum du weißt was zaubern zaubern so wie viel Eisen hast du eigentlich schon oder baust du es gar nicht ab äh ich hab schon zweieinhalb Stacks wow geil das heißt wir müssen nachher erstmal die Öfen anschmeißen oder ja okay hier geht es nicht null weiter äh okay jetzt pass auf jetzt gehen wir links nein da nicht lang sondern hier und dann gehen wir mal in die äh hier lang äh